Die Terminologie Internet Governance ist in den Mitte der 90er Jahre erfunden worden, weil zu einer Phase, wo also Deregulierung der Zeitgeist war und man also von einer kleinen Regierung ausging und man wollte alles dem privaten Sektor überlassen. Das heißt, die Idee oder der Begriff Governance hat sich bewusst abgesetzt von dem Begriff Government, also Regierung. Man hat damals gesagt, so Regierung, das Internet ohne Regierung. Das sollte eigentlich Internet Governance bedeuten. Das kommt aus dem Forschungsprojekt der Harvard University, kommt der Begriff und ist schwer zu übersetzen in andere Sprachen. Die Sekretär-Generer wurde von der World Summit von der Information Society gegründet, um ein Forum zu diskutieren, über die Probleme mit dem Internet zu diskutieren. Das war in 2005. So in 2006, er hat die Internet Governance Forum gegründet, was supposed to be a multi-stakeholder, bottom-up Forum, wo all stakeholders could meet on a level playing field, without the fear of negotiations, so that people are free to say what they want and to impart knowledge, share best practices, see how they can help developing countries and also see how they can mitigate the dangers of the Internet. The Internet Governance Forum, or IGF, is supported through the efforts of a multi-stakeholder advisory group, which is made up of representatives from governments, from private sector, from civil society and from the technical community, to help advance international Internet public policy issues. We take extraordinary measures to ensure that our processes are as inclusive as possible, our meetings are streamed, they are transcribed. The IGF is not just an annual meeting, it is comprised of many intercessional activities. Each year a number of best practice forums focused on cyber security, artificial intelligence, gender for example. It is also approximately 17 dynamic coalitions that are driven by the community. Insofern gesehen war das Internet Governance Forum eine sehr gute und richtige Entscheidung, alle Stakeholdern an den Tisch zu holen, so damit sie genau das machen, was das Multi-Stakeholder-Modell beabsichtigt, dass jeder auf jeden hört, sich bereichert und dann zurückgeht und in seinen Kompetenzbereich Entscheidungen trifft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017